Diese Bilder dürften die Fans der Queen durchatmen lassen. Königin Elisabeth II. zeigte sich völlig ausgelassen und glücklich bei einem Event im Zuge ihres Platin-Jubiläums. Bei der Royal Windsor Horse Show in Windsor handelt es sich um eine der Lieblingsveranstaltungen des royalen Oberhaupts und das sieht man ihm deutlich an. Die Queen sitzt im Publikum und scheint sehr amüsiert zu sein. Etliche Aufnahmen zeigen sie lachend oder grinsend. Ganz zur Freude ihrer Fans. Schließlich musste sie in der Vergangenheit einige wichtige Termine aus gesundheitlichen Gründen absagen, doch jetzt strahlt sie wieder in der Öffentlichkeit. Königin Elisabeth scheint sich wieder erholt zu haben und genießt ihren Ausflug bei der Pferdeshow, an der auch 14 ihrer eigenen Pferde teilgenommen haben, wie The Sun berichtet. Die bekennende Pferdenärin wurde von ihrem Sohn Edward begleitet. Hoffentlich geht es mit ihrer Gesundheit weiterhin bergauf und wir werden sie im Zuge ihres besonderen Jubiläums weiterhin bei Veranstaltungen sehen.